Heiße Kämpfe im Rathaus, heute heiße Füße in der Emsreute. Mal ein ganz anderes Erlebnis. Wie war es denn, der Lauf über die Kohlen? Das Erlebnis ist sehr unspektakulär. Es ist zuerst einmal die Überwindung, bis man so weit ist. Aber dann hat es an und für sich einen Durchgang, wie bei vielen Entscheidungen und vielen Sachen. Es war eigentlich überhaupt völlig unproblematisch, wenn man nicht gerade ans Feuer denkt und nur an die hohen Einzelstaatpolitik denkt, dann schaut es so aus, dass das Feuer um ein Stück unproblematischer ist. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird und so war da der Feuerlauf. In der Stadtvertretung hört es sich so ab und zu heiß, wie es sich anscheinend hört. Ich finde die Sache sehr gut. Es war wirklich hervorragend. Es ist einfach ein Zusammenhalt da. Man sieht da, wenn man will, ist vieles möglich. In dem Sinn tut mir das Ganze einfach okay. Es war ein sehr interessantes Erlebnis, heute über die Kohlen zu laufen. Vor allem war es auch ein sehr interessantes Erlebnis, gemeinsam mit den anderen Fraktionen durch das Feuer zu gehen. Und wir wollten damit eigentlich auch ein bisschen Symbolik nach außen bringen, dass wir, wenn wir wollen, auch gemeinsam etwas zustande bringen. Und vor allem, wenn es so etwas Schwieriges ist, wie durch das Feuer zu gehen. Braucht es eine gewisse Vorbereitung? War Überwindung dabei, heute über die Kohlen zu laufen? Haben Sie sich schon davor mental darauf einstellen müssen? Der Papa und Mama und Tante alle sagen, mei, das Feuer, das solltest du nicht machen. Das hört man in Erinnerung. Da hat man eine andere Erfahrung gemacht. Überwindung war es natürlich. Es ist ja nicht alltäglich oder normal, dass man durch 700 Grad heiße Kohle durchläuft. Aber es ist möglich und es ist gut gegangen. Es ist kein Blöderchen, nichts zu tun. Es hat eigentlich sehr viel Überwindung gebraucht. Ich habe mir gestern Abend noch gedacht, heute hast du noch heile Füße. Wie wird das morgen in 24 Stunden sein? Ich bin sehr froh, die Füße sind immer noch heil. Aber man weiß eigentlich bis zuletzt nicht sicher, werde ich durch das Feuer gehen oder werde ich nicht durch das Feuer gehen. Erst das gemeinsame Erlebnis, erst das Miteinanderstehen im Kreis und das Miteinanderreinstimmen, hat dann letztlich den Entschluss gebracht, jetzt gehe ich durch das Feuer. Das ist so wie ein Klicks und jetzt gehe ich durch. Ja, mentale Vorbereitung, wie man sich das klassisch vorstellt, hat es nicht gehe. Also es hat Gespräche gehe, man hat die Sache erklärt. Man muss sich selber eigentlich im Klarer sehen, was man macht und das wollen und auch funktioniert so. Das ist aber in vielen anderen Sachen parallel. Nein, ich habe mir überhaupt nichts gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe heute den Terminkalender angeschaut, Feuerlauf und ich habe schon viele Leute berichtet, dass es ein ganz lustvolles Ereignis ist. Schade ist es nur, dass es jetzt am Tag passiert und nicht in der Nacht. In der Nacht, wenn man die glühenden Kohlen sieht, dann wird einem schon wärmer wie jetzt. Da sieht man es ja praktisch nicht, es raucht ein bisschen. Aber ansonsten kein Problem, es ist jeder unverletzt und heil. Und jetzt schauen wir einmal, jetzt treffen wir uns im Gasthaus ein bisschen und schauen einmal, ob wir da orgiastische Neuerungen für Hohenheims noch planen bei einem gemütlichen Bier.